Norddeutscher Rundfunk 2020 Man wünscht mir eine schöne Woche. Das heißt ... und? Argentinische TÜV-Stick. Dass es das nicht gibt, ist normal. Aber das ist so ein Spruchwort, was man macht. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallöchen. Weil es uns hilft, finanziell, dass wir Essen bekommen, weil alles teurer geworden ist und wir uns weniger leisten können. Deswegen sind wir hier, um Essen zu holen. Am meisten Überwindung hat mich gekostet, zur Tafel zu gehen. Da habe ich mich geschämt. Das geht dann an die Psyche an. Ich habe dann psychische Probleme bekommen, bin damit auch zum Arzt gegangen. Weil alleine kommt man da nicht raus. Das geht dann. Das geht dann.